Ähm, ja, das war's. Das kann nicht wahr sein. Schon wieder verloren. Ich glaube, wir haben einen Bug entdeckt. Dadurch, dass der Dungeon Master mich gekillt hat. Ich denke, ich kann weiterspielen ohne meinen Helden. Mach mal den Glücksspieler hier, wa? Ein Gold gekommen. Oh mein Gott, First Try. Wie krass. Und mit dieser Dex, die wir gekriegt haben, können wir jetzt hier weitermachen mit Jack. Vier oder fünf, komm schon. Ey, wie lucky ist das bitte? Wir kriegen einfach nicht, was wir brauchen, ne? Aber wir haben ja noch den Glücksspieler hier. Komm, wir machen hier weiter. Und noch eins. What the fuck? Wie viel Gold wir gerade machen?